Leute, ich begrüße euch zur weiteren Runde von Let's Fun. Wir sind wieder am Start mit Dani, Mars und Tyler. Eine Runde Make-It-Meme haben wir gestern angetestet. Sehr lustig, deswegen habe ich mal gedacht, yo, nimmst du auf. Let's go. I know. So. Ist das auf Englisch oder? Nee, auf Deutsch. Okay. Warte. Let's go. Machen wir mit, äh, Namen, also das Spiel, Sam. Ah, hab ich da. Ja, mach einfach. Einfach machen, okay. Ja, genau, Alter. Das hier ist absolut auf Humorbasis gedacht und soll keinen irgendeinen beleidigen oder so, ne? Also, die haben doch alle Humor. Ja, ich schag ja nur, weil manche Menschen das nicht haben. Na, Alter, ist klar. Na, okay. Also, Bewertung ist, Pfeil hoch ist sehr gut, mehr ist mehr, Pfeil runter ist scheiße und du kannst jede Runde ein Meme-Buddy machen. Das ist dann ein super gut. Ich bin Tyler und ich liebe Cola und Chips. We are all gonna die. Ah, okay. Ja, allerdings. Ja. Allerdings. Ja, gut. Okay. Okay. Naja... Okay, Digga, okay. Okay, okay, krass. Oh, ich merke das. Krass, Alter. Mach's mal wieder, weißt du? Wenn dir das Bild nicht gefällt, kannst du auch unten re-wogeln. Wenn dir das Bild nicht gefällt, kannst du auch unten re-wogeln. Okay. Okay. Ja, danke. Okay, alles klar. Schlecht. Ja, das ist okay. Das ist okay. Jeder kriegt sein Fett weg. Oh ja. Ja. Okay, okay. 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 Ja. Here we go, oder? Ach Digga, warum bin ich der Letzter? Ich hasse euch. Hä? Ich bin doch Letzter. Ja. Ich habe am wenigsten Punkte bekommen für mein Meme. Ach so, ich weiß jetzt von der ganzen Liste. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Ja so. Wow! Ja, finde ich gut. Ja, ist gut, ist so gut. Jo! Ja. Wow, okay. Übel. Da ist alles laut. Ja. Jo, okay, Bro. Ja. Du musst mal schon über Ecken denken, ne? Ich hab's schon verstanden. Ich mach jetzt nichts in der Hand, nein. 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 Das kriegt ein Meme-Buddy. Mann, ich hab kein Meme-Buddy, nein. Ach, komm, Alter, aber trotzdem die Erste. Ja, ich bin erster an der Liste. Einfach letzter, okay. Jetzt bewerte ich wieder krass. Okay, ja, ist okay, Leute. Dann muss ich wieder die besten Liste wie gestern rauspacken. Spongebob-Crack-Version. Der war gestern krass. Ich versteh dieses Punkter-Punkter-Dings nicht ein. Ich auch nicht so. Ich habe einen Moment. Ich hab einen Moment. Ich habe einen Moment. Ich habe einen Moment. All right. 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 Hey, Eric, hey. Hey, der hat immer noch ein bisschen Hirnschmalz. Danke. Nein, ich hab keinen Hirnschmalz. Benni, wenn er den Elo-Aufstieg zu Diamant nicht geschafft hat in League, ja. Als ob ich nach Diamant komme, Alter. Mäh, Junge, mäh. Mano. Wieder 500 Punkte weniger. Aber hast du ja dann verkackt. Nach Zwischenruppen Farben, um dann wieder alles zu verlieren? Oh, ja. Oh, ja. Ja, okay. Hühlig, bruh. Was ist los mit dir? Alter. 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 Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ein da in mein Geil-O-Matico-Punkt-Team. Ach, ich hab 6500 Punkte. Der ist auch am Cheaten, Alter. Also, das Gefühl hat sich jetzt gerade nicht wirklich abgekühlt. Hätte länger regnen müssen. Hätte länger regnen müssen. Hätte länger regnen müssen. Ich bei dem Wetter vorm Pizze... Boah, ja, fühle ich. Allerdings. Ja. Okay. Ach so, wir sehen, wie blöd der Kuss. Ach so, wir sehen, wie blöd der Kuss. Okay. Wenn es solche Leute schon geben würde. Obwohl, aber in den Main-Servern gibt es voll viele. Ja, ich habe das mal wieder aufrutschgeführt. Vöf von er sich. Ja, minus 333 Punkte. Eher könnte ich noch. ich hab zwei Minenbasis bekommen geil Alter, Minuspunkt bekommen wegen euch ich hab schon zweimal Minus 500 bekommen, weil ich meinen Hirn nicht anstränge ich check nicht warum ich so viele Punkte habe ich bin 2500 Punkte im Vorsprung krass, oder? oh ja, das ist gut Vielen Dank. Okay. Ja, ach so! Oh! Kacke, Alter, ey. Ich hasse dich. So würde ich reagieren, ja? 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 Ja, voll dicker! Tausend Meme-Punkte, Junge! Rein da, ey! Jawoll! Ich habe schon die 10.000. Jetzt müssen wir wieder die SpongeBob-Bild geben. Boah, hör! Oh, der ist... Ich muss was schreiben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das tut natürlich meine eigenen Sachen lassen. Oh, das ist ja super! Mit Humor ist alles super! Oh! 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 Aber da war sich jetzt ein Bänger, ey. Ich? Okay, ja, das ist ein Bänger. Mann, mehr. Die Cheetah-Runde im CS. Ja, so! Oh! Ah, okay. Ja. Der war gut. Die Cheeks an der Base haben ja voll reingekackt. Ungenervt. Alles klar, Dani! Meme-Buddy. Bänger, ich bin auch schon so fast fett, ey. Von wem war der? Ja. Der Green Beast? Ja, okay. Ja, okay. Ja, scheiße. Jetzt natürlich. Oh, der Kacke! Ich fand sie lustig. Schlecht. Ja, scheiße. Jetzt wollte ich einen Bänger raushauen. Ey! Ja, ich auch, damit ich doch die 10.000 Punkte bekomme. Oh boy. Ich hab was. Oh, bitte das denn gut, äh, kommt. Oh boy. Ich hoffe, der ist gut. Ja. Ja. Das wäre... Gestern war das alles viel lustiger. Oh. Ja. Oh ja. Ja. Ja gut, ne? Also... Scheiße. Mann, wieso muss man jetzt so bänge raushauen? Ey, du kommst ja alles mit Benni Fock an der Seite. Ja, ey, alles easy, Mann. Ich nehm's locker. Ich nehm's locker. Alles gut. Benni nach dem 4-2-Schlussfilm war auch geil. Nach dem 4-2-Schlussfilm. Ist aber 48, ne? Das Heidi-Ding war das Beste. Ja, das ist auch reingebollert, Alter. Scheiße, ich hab mein Ding zu früh rausgehauen. Ja, Mann, 10.000 Punkte begonnen. Boah, der Dani ist noch echt vor mir gekommen, ey. Krass. Das ist Heidi, war echt am besten. Benni, sein alter PC. Ui! Krank. Ich muss das mit dem Banger. Ja. Boah, Junge. Ja, war ne geile Runde. Ja. Auch wenn ihr nicht viertel gewesen seid. Glückwunsch. Glückwunsch an Theiler für über 10.000 Punkte, nicht schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ouh. Tschüss. Hm. Tschüss. Tschüss.